Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Last of Us mit eurem MH26105. Ich danke euch wieder vielmals fürs Einschalten und hoffe es gefällt euch. Wir sind jetzt auf einer Insel weit weg von der Brücke, die man hier jetzt gar nicht mehr sieht. Doch da hinten ist die Brücke. Wir haben sehr knapp Munition nur noch. Also fast gar keine Munition mehr. Dann schauen wir uns doch hier einmal um. Aber ich könnte mir mal ein Medik nicht gönnen. Und auf jeden Fall schauen wir uns hier jetzt erstmal um. Hier finden wir nochmal Alkohol, Scheren. Da können wir später nochmal nachschauen, da oben, wie es da weitergeht. Wir schauen uns jetzt hier erstmal am Strand drumherum an. Wie es da so abgeht. Ja. Und mal gucken, wo wir dann letztendlich hin müssen, weil ich hab gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ah, hier im Korb ist nichts. Ja, Kollege. Das ist ein Boot. Das ist ein Boot. Wir schauen uns erstmal hier unten um. Da haben wir auch schon einen Fireflyer Anhänger von dem Joseph Schäffler 127. Was ist hier sonst weiter hier unten? Nichts. Schade. Kann man hier wieder hoch? Nein. Können wir hier rein? Ja. Was finden wir hier? Lumpen. Also Kleberband. Hier haben wir noch eine Notiz und noch ein Comic. Bootsnotiz. Hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Es sieht so aus, als wäre ich dem Chaos und dem Durchschnitt lang genug ausgewichen. Meine Zeit zu sehen neigt sich zum Ende. Dem Ende zu. Ich habe keine Vorräte mehr und dieses Boot hat schon bessere Zeiten erlebt. Und wisst ihr was? So muss das irgendwann kommen. Mal sehen, was von der Menschheit noch übrig ist. Was kann schon schief gehen, oder? Falls ihr mein Skelett findet, dreht mir bitte nicht mein Schädel. Danke. Ich. Also der hat schon mal richtigen geilen Humor. Ja, wenn ihr mein Skelett findet, dreht mir bitte nicht auf mein Schädel. Bitte nicht. Geht hier hinten noch weiter? Finden wir hinten noch was? Alter, kann der auch mal rennen? Oh, Munition ist sehr nice. Munition ist richtig nice. Vor allem, weil wir so wenig haben. Hier ist sonst weiter nichts mehr, oder? Ich dachte vorhin, dass du ihn erschießt. Ja, hätte ich was. Da hast du recht. Da vorne hatten wir noch was, wo wir uns... Da ist schon deine große Jagd. Ich glaube, wir haben was. Ja, chillen wir ganz gut. Da vorne war ein Schnorcher irgendwas. Hier, oder? Wir sind doch hierher gekommen. Ach, die sind da entlang und wir sind auf der anderen Seite entlang. Alles klar, ich verstehe. Gehen wir trotzdem mal auf der linken Seite hier hoch. Vielleicht finden wir ja noch was. Aber ich hoffe... Ich hoffe, wir finden hier noch ein bisschen Munition. Weil Munition ist ein bisschen knapp. Ich will da nicht schreien. Am Ende sind da so Zombies. Gibt es hier noch was? Alkohol, sehr gut. Auf, komm, geht rein, Junge. Okay, komm, Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist da, okay. Die kleine Interaktion, die finde ich schon mal ganz gut gemacht. Und? Wollt die Lampen raus? Alter, da lauern doch die Monster mit Sicherheit schon. Endlich hast du das begriffen. Boah, wie eklig das ist. Nein, total. Was sind wir denn hier noch Schönes? Ah, noch Waffenteile, Firefly-Anhänger. Ja, schon hier ein Firefly-Anhänger von Robert Rigetti, Nummer 219. Richtig nice. Boah, der hat hier sein Leben gelassen. Hier sind soweit erst mal keine Zombies. Ja, wir schauen uns auch da erstmal hin. Ja, wir gehen da später dann hin. Wir gehen rechts rum. Hier ist soweit nichts mehr, oder? Ah, da können wir rein. Ach, scheiße, zu. Ach, scheiße. Ah, wir lassen die einfach hier dusch, oder? Ellie, mach uns die Tür auf. Die Ratte. Mach uns die Tür auf, Ellie. Richtig schlau. Nein, das wolle ich doch gar nicht. Ah, wir finden doch hier noch bestimmte Munition. Klebeband, Pillen. Was ist das? Sprengstoff. Sprengstoff hast du da oben. Zucker. Weil wir Zucker auch so brauchen für Rauchbunden, ne? Richtig wichtig. Wo geht's da entlang? Ja, chill mal. Ja, chill mal. Hier unten ist nichts mehr. Die sind ja hierher gekommen. Ah, hier ist auch nichts mehr. Aber wieso führt hier eine Treppe nach unten? Ist hier vielleicht doch was? Boah, diese Käfer sind ekelsch, ey. Ja, komm, wo müssen wir entlang? Ja, ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Ich muss uns wohl was überlegen. So, der Rotz klemmt. So, der Rotz klemmt. Von. Wir haben da... Ah, das müssen wir also lösen. Ja, jetzt ist das kein Problem. Ich seh mich mal um. Bleibt Wasser. Ah, da geht's so weiter. Schauen wir uns erstmal hier um. Was finden wir da? Klebeband. Schere. Ah, wir können uns auch keine Messer machen. Das ist es ja. Komm, verbessern wir uns schon mal die Nahkampfwaffen. Haben wir uns halt mal die Nahkampfwaffe verbessert, damit wir hier auch schön noch, ähm... Weißt du, wie ich mein? Alter, hört ihr diese Geräusche? Wow. Wow. alter diese klickern die überraschen einen jedes mal was haben wir hier noch eine notiz gestern habe ich heute leute getroffen die nicht sofort auf mich schießen wollten unglaublich weiß wir haben vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere wege gegangen sie hatten kinder dabei und schienen sehr verängstigt fast hatte ich ihnen von diesem ort erzählt aber was wenn sie wie die anderen sind was wenn weißt du was es ist mir egal was bringt es zu überleben wenn niemand mehr über deine schlechten witze lacht morgen werde ich sie suchen vielleicht wollen sie mit mir hier gesellschaft leisten richtig nice leben 25 teile können wir alles gebrauchen aber die munition haben wir jetzt wieder keine scheiße hat das können wir unterwerfen da können wir die die ellie rüber bringen glaube ich da zu diesem generator müssen mit sicherheit können wir können wir nicht über den balkon springen ins wasser ist doch tief genug ich springte aber auch immer drauf als wäre das so stabilste boot der welt das ist wie so ein aufzug oder was hast du richtig nice ja ellie hilf mir mal hoch jetzt ich will ja nicht im wasser ewig bleiben das ist ja nicht mehr ich sag's lieber nicht laut 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 ahn Dekuli geht mir hoch danke 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 chill mal chill mal chill mal ganz kurz wir sind schon Profis darin hier gibt es nichts was wenn ich jetzt wieder ins wasser fall 11 Meter nicht mehr oder was da geht es doch noch rein erreicht Werkzeugstufe 3 jawoll neue Werkzeugstufe können wir unsere Waffen besser verbessern richtig geil haben wir jetzt aber Munition bekommen ja 3 Schuss besser als nichts ey mach mal Tür auf wow wow what the fuck das ist schon mal jemand gewohnt das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein make sure Doors are locket ask for password if you don't know the Visitor No Shooting and noisy play 1 two hitting spot when you hear the alarm hauswools alles klar was haben wir hier neue waffe oder was neue waffen shorty ist abgesägt durch rotflinte das richtig nice alter richtig geil hinten geht es auch noch weiter was haben wir hier lesestoffbomben verbessert exklusionsradius ist jetzt ein so geil richtig geil was wir alles in verbesserung bekommen das haben wir fünf pillen die nehmen natürlich auch noch wäsche scheren sind voll messer können sonst machen halt jetzt haben wir eine neue schrotflinte nice juhu geil alter können wir hier hoch richtig geil alter müssen wohl oder übel hier entlang gehen finden aber noch keine zombies ist alles noch ziemlich ruhig wo 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 auf klicke die geht aber schon gut ab diese shorty aber die klicken hat was haben wir hier wasser ding oder was dann würde ich sagen ist der pate auch gleich hier zu ende wir sammeln hier noch alles auf wir wollen shorty munition richtig nice komm wir lesen diese notiz hallo susan ich wollte dir nur bescheid sagen dass diese regn regenfänger eine großartige idee waren ziemlich klug wasser sammeln zu können ohne sich vom fleck zu bewegen ich hoffe es macht ihr nichts aus dass ich den kindern einige wasserpistolen gegeben habe selbstverständlich wurde ich den ganzen tag über nass gespritzt wenn du nicht willst dass sie sich haben lasst mich wissen und ich nehme sie wieder ab weg wir sehen uns beim abendessen heute abend kleine warnung am rande keil macht schon wieder seine speziellen hackbraten ich würde sagen bis zum nächsten mal wenn es wieder heißt let's play the last of us mit eurem mh26105 und ich danke euch wieder vielmals fürs einschalten und ich hoffe wir finden hier nicht so viele zombies in der kanalisation wir gehen hier noch ein kurzes stück weiter wir wollen leben dann würde ich sagen haut da rein ciao so 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 so